Ja, ja. Ja, das kannst du ja relativ. Du musst nicht so eine zweite... Ja, du buchst das gleiche. Ja, du buchst das gleiche. Aber du brauchst einen Zweizager gerade als Generator. Der ist eben 10 genug für den Motor. Ja, genau. Das ist die Idee. Achtung-Messer. Mit hinter sich, oder? Mit hinter sich, oder? Es ist die Idee, die sich nicht mehr auf den Motor. Ja, du bist. Ja, du bist. Auf dem ist es. Ja, du bist. 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 Das war's für heute. Der Platz ist ein bisschen für mich. Ist schon so ein Gespessender.